Wir sind hier in Rothsee zwischen dem Starnberger See und Murnau. Was Sie hinter mir sehen, ist nicht etwa die Dekoration für einen deutschen Heimatfilm der 50er Jahre, sondern der Feriensitz des Produzenten Horst Wendland. Horst Wendland ist, das kann man ungeschützt sagen, bestimmt der erfolgreichste deutsche Produzent. Vor 80 Jahren geboren als Sohn eines russischen Landarbeiters und einer deutschen Mutter, hat er von der Pike auf gelernt, wurde Produzent von bis heute über 110 Filmen, wovon ungefähr 40 mit der goldenen Leinwand ausgezeichnet, das heißt mit mehr als drei Millionen Besuchern beim Start. Eine in Deutschland einmalige Karriere. Und das Ironische ist, dass heute ich mit ihm im Gespräch bin, denn wir sind damals angetreten mit dem Schlachtruf, Opas Kino ist tot. Wir waren Anfang 20, Horst Wendland war Anfang 40. Heute hat das Alter uns näher gebracht, aber ich glaube, die Unterhaltung könnte spannend werden. Du meinst, du willst dann meiner Gage verhandeln. Und dann haben wir Wildgänse, ostkanadische Wildgänse. Mit ihren Jungen, verstehst du, wir haben ja alles hier. Das ist ja eigentlich ein Naturschutzgebiet. Aber sag mal, stimmt das, dass der Sergio Leone schon, als ihr noch Karl-May-Film in Jugoslawien drehte, an den Drehort mal kam, um sich da umzusehen, bevor er... Sergio kam einmal nach Jugoslawien und hat sich unsere Location angesehen, weil er vorhatte, einen Western zu drehen. Er war ein wunderbarer Mensch, wenn er mir die Geschichten erzählt hat. Und am Schluss hast du nichts verstanden. Und hat er da auch schon so erzählt mit diesen Großaufnahmen? Nur in Bildern. Stell dir vor, dann habe ich die Brücke in Brocklin. Und die Taucher gehen runter und da liegen hunderte von Wracks von Autos. Alles, die von der Mafia und von den Gangstern versenkt wurden und abgeschossen sind. Und da kommt plötzlich eine Leiche raus und den lasse ich oben auferstehen und der erzählt dann die Geschichte. So hat er mir, als er mir, mein Name ist Noboli, erzählte. Das ging genauso. Du musst dir vorstellen, die Horde, 100, 200, 300 Leute, vielleicht auch 500, zu Pferden, alle in langen Mänteln. Es sind zwar nur 150, aber sie reiten und schießen wie 1.000. Reiten auf die Eisenbahn zu. Und wollen den Henry Fonda umbringen, aber der springt auf den Zug auf und fährt weg und die Horde sitzt da. Er hat nur in solchen Filtern keine Geschichten. Bei Noboli kann ich nur sagen, da konntest du dann nur sagen, hat er gesagt, und dann brauche ich also von dir Geld und dann machen wir das so und so. Und du machst doch mit, ich kann ja nicht Nein sagen, wenn du mir die Geschichte erzählst. Natürlich mache ich mit. Die Leidenschaft für Kino, wann hat die bei dir begonnen? Bist du als Junge ins Kino gegangen? 1936. Als ich, nein, 1937, als ich meinen Abschluss machte auf der Höheren Handelsschule für Jüngliche in der Ludendorffstraße in Berlin, da habe ich einen Kumpel gehabt und wir beide haben gesagt, ich bin ja Kinogänger gewesen, also mit 5 Jahren, 6 Jahren, als wir das erste Mal, da bin ich ja Kilometer weit gelaufen, um für 20 Fennig, 30 Fennig ins Kino zu gehen. Aber da haben wir uns gesagt, wir bewerben uns bei der Tobis, wir wollen beide zum Film und wir sind beide angenommen worden. Durch unsere Hartnäckigkeit. Ich habe mich beworben und dann habe ich noch jede Woche zweimal angerufen bei der Sekretärin und da hat sie gesagt, sie scheinen mir der richtige Mann zu sein, ich lege sie ganz oben drauf. Als was hast du dich beworben? Als Kaufmännische Angestellte, also ich wollte Kaufmännische Lehre machen bei der Tobis. Genau, also du gingst dann mit in die Buchhaltung erst rein und alles, was mit den Zahlen zunächst zu tun hatte. Alle, alle, im Friedrichstraße 100, das war ja unser Gebäude da, und ich war unsere Zentrale, habe ich alle Abteilungen durchgearbeitet. Und die Filme, die du für 20 Fennig gesehen hast, kannst du dich noch erinnern, was du gesehen hast? Tom Mix. Tom Mix war das. Das lief ja jeden Sonntag um halb drei oder halb zwei nicht, weil es lief ja Tom Mix nicht. Das war ja für uns der super, super Held überhaupt. Genau wie wir als Romane John Klink und John Sporte gelesen haben. Das waren deine Autoren, ja. Aber es war also immer die Begeisterung für Geschichten. Ja, immer. Schon lange bevor du wusstest, in welchen Beruf du gehst, aber du warst angezogen von Kino und von Romanen, die Geschichten und die Abenteuer erzählten. 1947, als ich aus der Kriegsgefangenschaft kam, habe ich auch nichts weiter im Sinn gehabt, als mich wieder in die Filmbranche hineinzubringen. Und 1950 hat das geklappt mit Professor Karl Fröhlich. Wurde ich wieder Kassierer bei einem Film. Das war ja der Wahnsinn. Mit 160 Mark in der Woche. Und da war dein Kontakt zunächst mal mit den Schauspielern, dass du ihnen das Geld auszahlst. Wie immer. Aber auch mit den Kameraleuten. Also du lerntest sie alle kennen aus diesem Umweg zunächst mal. Ich war Geschäftsführer für den gesamten Bereich Studioproduktion. Alles, was da an Rechnungen und Gagen und Verträgen gemacht wurde, ging über meinen Schreibtisch. Ich war kein Produktionsleiter. Ich war, wie gesagt, Geschäftsführer und musste die Leute kontrollieren. Ich habe jetzt die Edgar-Wallace-Filme mir angesehen und habe immer gedacht, das einzige Vorbild im Grunde, was an Kriminalfilmen in der deutschen Geschichte war, das war M, damals mit Peter Lorre der Film und die Mabuse-Filme. Ja, richtig. Hast du beim Tiger von Eschnapur bei den Filmen noch, ja, bei Mabuse noch mitgearbeitet? Ich habe bei Fritz Lang im Tiger von Eschnapur, nicht wahr, habe ich also die Überwachung gehabt, nicht wahr, und musste also alles mit Fritz Lang abrechnen. Und wenn ich dann also vom Brauner wieder eine Rechnung kriege und sage, das bezahle ich nicht, gehen Sie zu einem Lang und sagen Sie ihm das, er ist ja nicht hingegangen. Dann bin ich zu dem Fritz ins Hotel gegangen und habe gesagt, Fritz, hier sind da verschiedene Strittigkeiten, du hast dir 126 Mark deine Wäsche gewaschen lassen in der Hotelrechnung, du hast dir hier vier Hemden gekauft für 220 Mark und hast das und das und das und das akzeptiert der Brauner nicht. Dann ist der explodiert und hat gesagt, sag ich mal einen schönen Gruß, wenn er ins Studio kommt und bezahlt mir die Rechnung jetzt nicht sofort, dann verlasse ich sofort das Studio. Und es ist gekommen, der Brauner, dem habe ich das erzählt, der Brauner, das wollen wir mal sehen, ist der rausgegangen, der Fritz Lang, da standen wir zwei Stunden und haben nicht gedreht. Solche Dinge passierten da und das hat mir also vieles, wie gesagt, nicht gefallen. Wie ist überhaupt Fritz Lang mit den deutschen Schauspielern zurechtgekommen? Der war ja nun fast 20 Jahre. Es war eine Katastrophe, es war für die Architekten eine Katastrophe, für die Schauspieler eine Katastrophe. Aber er war nicht so schlimm wie William Dieterle, der war die größte Katastrophe. Wie hat das überhaupt angefangen mit dem Edgar Wallace-Brebener hatte, glaube ich? Breben Philipsen, der mich damals zum Partner von der Rialto gemacht hat und geholt hat, weg von Brauner, der hat die Idee gehabt, Edgar Wallace zu verfilmen. Kein Mensch wollte das. Der Edgar Wallace war ja in den 30er Jahren mal eine Berühmte. Edgar Wallace war ja, aber gut, er hatte einen Namen in Deutschland. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein, stand ja schon auf den Büchern immer. Und er hatte eine Leserschein in Deutschland von Millionen, kann man wohl sagen, also diese ganzen Bücher, die er hatte. Aber einen Kriminalfilm in Deutschland zu machen, das hat sich keiner getraut. Und noch dazu, der in England spielt. Es gab in der ganzen Nazi-Zeit, gab es nur Dr. Krippen an Bord. Einen einzigen Kriminalfilm. Und davor hat es gegeben, damals natürlich, Mabuse, die Spinnen von Fritz Lang. Mabuse, ja, Fritz Lang. Vor den Nazis hat es Kriminalfilme gegeben. Das war eine Fiktion der Mabuse, das war eine erfundene Figur von ihm, ja. Aber es gab sonst überhaupt keine Kriminalfilme. War das nicht erstaunlich, wenn es eh schon so schwer war, überhaupt einen Kriminalfilm zu machen, dass der dann auch noch in London spielte immer? Tja, das haben wir uns ausgerechnet, wäre doch überhaupt die Möglichkeit, die deutschen Polizisten nicht zu zeigen. Die waren ja so einfach und so simpel angezogen, dass man überhaupt keine Gefahr darin sah oder eine gewisse Intelligenz, dass die also irgendeinen Fall lösen konnten. Also wenn schon Edgar Wallace, dann muss das in London spielen. Und dann hat Bremen Philipsen den ersten Film gemacht, Bande des Schreckens, in Dänemark. Dänemark ähnelt ja London vom Stil der Häuser her und so weiter am meisten eigentlich, mehr als Hamburg. Und dann hat er den Film produziert für 600.000 Mark, nicht wahr, und der hat dann also vielleicht 700.000 eingespielt. Aber das war eben für den Verleih, war das ein Schmankel. Die Kinobesitzer mochten ihn, die Kritiker haben ihn akzeptiert, weil er aus Dänemark kam, ja nicht wahr. Und Blecki spielte ja damals schon die Hauptrolle, Blecki Fuchs war ja, das hat ja der Bremen, der hat den geholt. Und der Erfolg wurde immer größer, aber er hatte noch nicht den Erfolg, den er sich vorgestellt hatte, nicht wahr. Und dann habe ich gesagt, na dann versuchen wir es doch mal von Dänemark wegzunehmen und wir produzieren das mal in Deutschland. Und wir nehmen uns einen guten Regisseur, nicht wahr, der also auf sowas Spezialisiert ist. Und da fingen wir dann an in Hamburg, nicht wahr, mit Jürgen Roland, ja, die grünen Bogenschützen zu machen. Hi! Ist er tot? Tja, ich glaube, das wird doch ein hübscher Film. Mr. Bellamy, auf Ihrem Schloss wurde gestern jemand ermordet. Ich hoffe, dass man den Täter bald erwischt und aufhängt. Und noch einige andere dazu. Kennen Sie den Toten? Wenn ich hellsehe, bis jetzt kennt noch nicht mal die Polizei. Und der machte plötzlich, also ich weiß nicht, anderthalb Millionen Besucher. Das war also eine neue Idee. Und das war ja aber eine ganz eigenartige Mischung, was mir so auffällt. Normalerweise, wenn man einen Krimi macht, dann versuchen wir immer, dass man aus der Wirklichkeit nicht rauskommt, aus der Spannung nicht rauskommt. Und ihr habt mitten im Film eine Witzblattfigur, ja, Eddie Arendt. Wie kommt sie denn nach Hause? Lächeln Sie trotzdem, man kann nie wissen. Und ihr löst das immer wieder auf. Das Ganze ist ja eigentlich nur ein Spiel und man kann drüber lachen. Und dann kommt der nächste Schrecken, das ist ja ein bisschen wie Geisterbahn. Irgendwo kommt immer eine schwarz behandschuhte Hand, plötzlich, uh, und greift jemanden oder jemand hat einen Pfeil im Rücken. Und dann kommen wieder ein paar Lacher. Es ist nicht so sehr wie bei Agatha Christie. Wer hat's gemacht? Sondern es ist immer das Gruseln, das Unheimliche. Als ich dann den Freddy, äh, als Regisseur hatte, bei den Toten Augen von London, da war auch unheimlich viel Spannung drin. Fand ich auch. Ich fand den viel dichter. Ja, die Wärme, da kommt und das Licht ausmacht, ja. Ja, nicht wahr, der Blinde, nicht wahr, also das war schon, das war schon also, oder wenn die Gardinen rascheten und das Mädchen schlief da, nicht wahr. Und er macht da auch ganz merkwürdige Einstellungen, nicht nur, dass die Kamera, was ja oft passiert, dass man die Kamera in den Kamin stellt und davor sind die Flammen, aber der stellte die Kamera hinten in die Gurgel und schoss durch den Mund durch, wie eine Karotte abweist. Ja, 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 ja. Oder später auch nochmal... Du bist bestens informiert, sicher, ja. Das war ja also unglaublich witzig gleichzeitig. Du musst dir vorstellen, wir haben jeden Film im Studio gebaut. Wir haben nichts original gedreht, außer natürlich die Außenaufnahmen auf der Fraueninsel in Berlin. Ja, und dann hattet ihr immer ein paar Einstellungen von London, die wurden in jedem Film immer wieder verwendet. Ja, der Piccadilly-Zirkus war immer drin und ein bisschen so hoch und ein bisschen Nebel. Aber so geht's. Kinski hat ja bei euch auch angefangen in den Edgar-Wallace-Filmen. 14 Filmen, erst die Edgar-Wallace-Filme, wo er immer den Bösewicht oder den leicht verrückten Mörder gespielt und dann dasselbe im Grunde in den Karl-Mai-Filmen. Ich war ja seine einzige Geldquelle. In den toten Augen von London, wo er ja manipuliert wird von dem bösen Dieter Borsche, ja. Als er dann da an das Geländer getrieben wird und dann ruft er doch noch aus, ich hab doch immer nur getan, was ihr mir befohlen habt, ja. Und das klang auf einmal auch in der Nachkriegszeit noch so, also noch so ein Aufschrei, ja. Ich bin doch eigentlich der Unschuldige. Was wollen Sie denn von mir? Ich, ich hab doch immer nur getan, was man von mir verlangt hat. Ich weiß noch von nichts. Ich weiß noch von nichts. Das ist immer noch zu viel. Einmal hab ich ihm gerettet, dass er sich das Leben genommen, zumindest in dem Brief, den hab ich ja, steht das. Wenn ich ihm nicht sofort 20.000 Mark schicke, kann sich das nehmen. Er muss abhauen nach Paris, sonst bringen sie ihn in Rom um. Und er stürzt sich aus dem Fenster. Und da war er in Schwierigkeiten oder er war, fühlte sich nur verfolgt? War in Schwierigkeiten, also kann man doch gar nicht anders sagen. Er hat doch über seine Verhältnisse gelebt. Er hat einen grünen Rolls-Royce gefahren, verstehst du, einen Cabriolet, hat einen grünen Samtanzug, ist durch die Straßen gerast. Nicht wahr, ich bin ja da drin gesessen, nicht wahr, ins Studio. Im Studio haben sie nur also so gezittert, der Mastbilder, der gerade um je, wenn er kam, verstehst du, weil er alles zwischen der Ecke gemacht hat. Er hat sich benommen wie das letzte Schwein überhaupt. Er hat doch überall in Rom Plakate kleben lassen, nicht um einen Klaus Kinski. Zehntausend Lit, was sollen er denn bekleben lassen? Er war doch verrückt. Er stand ja auf der schwarzen Liste der italienischen Produzenten. Der Produzent, ja, ja. Und dann ist er nach Paris ausgebrochen. Die Leute, mit denen man ja nicht mehr arbeiten darf. Klar, Sie haben doch den Schlüssel. Was für ein Schlüssel. Na, den zu Fannys Wohnung. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Die Polizei sucht ihn jedenfalls wiebehaft. Und der letzte Gast muss einen gehabt haben. Mir hat sie leider nie einen gegeben. Oh. Warten Sie. Einmal im Sufter. Da wurde sie weich. Da hat sie was erzählt von einem Toten und von ihrer großen Liebe. Und von einem Schlüssel, wenn ich bloß wüsste, wen sie gemeint hat. Was wissen Sie nicht? Sie sind wohl noch nicht lange bei der Firma. Das sind also die Horrorgeschichten von Kinski. Aber was sehr verblüffend ist, ist vor der Kamera, ist er so präzise. Ob er jetzt den Butler spielt oder ob er den Tierpfleger spielt oder in all den Wallace-Filmen. Gubanov, Gewürze, Immundexport. Ich wohne in diesem Hause. Und woher wissen Sie, dass es Donnerwenn erwischt hat? Wer viel herumkommt, hört viel und ich habe gute Ohren. Naja, also es war durch die Besetzung natürlich nicht, weil diese drei Schürenberg, also der, den Sir Jones spielte, war ja unersetzbar überhaupt. Ja, mit seiner Dummheit und seiner Arroganz. Was denn, was denn, was denn? Tauen Sie mir das vielleicht nicht zu? Es war nur eine einfache Hundegeschichte, aber man soll nicht immer hinter dem Schreibtisch sitzen. Und Sie auch nicht. Sie kommen mit. Ist das eine gute Idee, was? Da werden Sie mal die Praxis kennenlernen. Ich werde Ihnen stellen. Seien Sie vorsichtig. Bleiben Sie hier. Sir Jones. Den habe ich so was von geliebt überhaupt, als Schauspieler auch. Und dann Blecki, der war ja so harmlos und so nett und so weiter. Hallo Prinzesschen. Reizender Ort für ein Rendezvous. So richtig gemütlich. Das ist überhaupt das Auffälligste. Die einen sind ganz gut und nett und sympathisch und die anderen sind alle verschlagene, böse. Ja, wie Dieter Barsche. Naja, und das berühmte kollektive Unterbewusstsein war ja auch sehr empfänglich für diese Geschichtsinterpretation, wo ein wahnsinniger Unschuldige quält. Er brannte sind hässliche Leichenhörer. Das Gute gegen das Böse, nicht wahr? Und das Gute gewinnt natürlich. Karin Dorr, ich finde ja in dem grünen Bogenschützen, glaube ich. Ja, da ist sie schon gleich drin. Da wird sie ja entführt, im Keller gefesselt. Also das gehört ja immer zu den Gruselsequenzen der Filmen, das also, was die Engländer nennen, also Mansel in the Dress, also die Frau in Gefahr, die irgendwo sitzt und irgendein Bösewicht, der jetzt demnächst an sie ankommt. Karin hat es ja bis zum Lebensbund dargestellt. Es war ja aber unglaublich frech, auch zu sagen, wir bringen den besten britischen Butler und wir bringen den Lord und wir bringen die britischen Polizisten und lassen die einfach von Deutschen spielen und das deutsche Publikum hat das hundertprozentig akzeptiert. Und dann sind die Filme ja auch ins Ausland verkauft worden. Ja, überall hin, nur nicht nach England. Vielleicht einfach, weil auch nicht nur die Lords da nicht passten, sondern auch dieser latente Sadismus mehr zur Adenauerzeit gehörte. Ja, und dann waren da noch in der Besetzung Heinz Drache, Harald Leibniz, Lovitz, also im Grunde alle die Kommissare aus späteren alten Derek-Kommissaren und so weiter waren ja hier vorweggenommen und auch die Autoren wie Reinecker. Krimis und natürlich viel Interessantes vom Film. So wandelten wir in München auf den Spuren Liz Taylors und Richard Burtons beim Bambi-Festival 68. Und Ufa dabei registrierte ebenfalls in München den Start des 25. Edgar-Wolles-Krimi bei Konstantin. Horst Wendland, der Produzent mit der richtigen Nase im Filmgeschäft und die Stars der Krimiserie wurden mit der goldenen Leinwand ausgezeichnet. Das, was uns jetzt nochmal darauf zurückgekommen, damals so gestört hat, haben gesagt, warum müssen die deutschen Filme denn immer in Soho, in London oder in Mallorca oder in Hongkong spielen? Gibt es denn keine deutsche Wirklichkeit? Wenn du überlegst, Volker, dass diese ganzen Filme bis in den 70er Jahren heute laufend im Fernsehen wiederholt werden, was ist von euch übrig geblieben? Das ist ihr, also man muss leider feststellen... Der Bass ist von euch übrig geblieben? Einiges wenige nur, ja. Außer die Blechtrumpeln, was siehst du noch? Ja, manchmal die Katharina Blum, den Ordo Faber und den Jungen Charles und bei mir, ich weiß... Ihr habt ja in der Zeit 300 Filme. Ja, ja, natürlich. Was ist das so hier? Das ist ganz, ganz wenig. Ganz wenig Sachen. Aber war, wie gesagt, das Opas Kino ist tot, war verkehrt. Das ist der Mann, der dafür sorgte, dass auch in den deutschen Kinos die Wellen hochgingen. Horst Wendland, der zurzeit erfolgreichste deutsche Filmproduzent. Sein erster großer Erfolg, die Edgar-Wolles-Welle. Die aufregendsten Einfälle hat Wendland bei der Gartenarbeit. Die zweite große Kinoidee jedoch hatte sein Sohn Matthias, der eines Tages verärgert fragte... Hallo Papi, kannst du nicht mal was anderes drehen als immer Edgar Wallace? Dreh doch mal KMI. Mit dieser Aufforderung hat der 14-jährige Matthias, der sich längst für andere Dinge interessiert, eine Lawine ins Rollen gebracht. Karl May trat seinen Siegeszug durch die Theater an. Dreimal hintereinander die goldene Leinwand. So sieht das durch harte Zahlen belegte Abstimmungsergebnis eines Publikums aus, das an dem rauen Gerechtigkeitswillen Old Shatterhands Vergnügen findet und den edelmütigen Winnetou als neues Idol verehrt. Ja, Karl May, das ist ja also ein in Deutschland einmaliges Phänomen. Seit über 100 Jahren sind Generationen von deutschen Jungs mit diesen Bänden von Karl May, seiner Erzählungen im Wilden Westen, aufgewachsen. Und die waren im Grunde nie verfilmt worden. Die sind auch im Ausland unbekannt, sind in Frankreich unbekannt. Das ist aber eben eine Lektüre, die jeder deutsche Junge irgendwann angenommen hat. Süberberg hat das ja auch sehr gut analysiert. Und das hat jetzt nochmal wieder ein Nachspiel gehabt mit dem Schuh des Manitou, der 10 Millionen Besucher gerade in Deutschland gemacht hat. Und dann kam ich nach München zu Fred Bartl, zu dem Konsum von der Konstantin und sagte, was hältst du davon, wenn wir Karl May machen? Sagt er, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe gerade Jugoslawen draußen, die wollen mit uns co-produzieren. Vielleicht kannst du dich mit dem mal unterhalten. Da habe ich mit den Jugoslawen gesprochen und die waren natürlich Feuer und Flamme. Und sagte, fangen wir an, machen wir Schatz und Silversing. Als Regisseur geben wir die Harald Reinl, der war ja bei der Konstantin unter Jahresvertrag. Ach, das gab es, das ist ein Regisseur bei einem Verleih und der Vertrag, der kriegte eine feste Monatsgase. Der Harald Reinl war so begehrt, weil er kaum Flops gemacht hat. Er hat einen Film nach dem anderen in jedem Jahr gemacht. In jedem ganz verschiedene Genres. Und da sage ich, also das ist sehr gut mit Harald Reinl, wunderbar. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben angefangen, ich war in einem Drehbuch zu fummeln und so weiter. Und ich hatte doch nur gar keine Ahnung. Ich habe ihn hier in Karl Maybuch gelesen. Bei der Besetzung muss ja sicher der erste Gedanke gewesen sein, wo kriegen wir Indianer her? Das begann ja so, dass der Harald auf der Suche war nach Schauspielern. Und er kam plötzlich freudisch rein zu mir und sagte, ich habe Winnetou. Ich sage, mein Gott, wo hast du denn den her? Er sagte, der spielt die Hauptrolle in einem mexikanischen Film. Ich habe Ausschnitte mitgebracht, wir können in der Vorführung uns eine Rolle anspannen, wir können ihn sehen. Da sage ich, das ist ja fantastisch. Und wir in die Vorführung und die Rolle und das Ding geht los. Und ich sage nach zehn Minuten, Harald, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nur der Winnetous Mörder sein. Er hat doch gar keine Sympathie. Emilio Fernandes. Der hat doch gar keine Sympathie. Das ist doch ein Messerstecher, den du da... Oh nein, das sieht aber so indianisch aus. Nee, das funktioniert nicht. Jetzt saßen wir da im Juni ohne Winnetou. Und da gehe ich abends zu irgendeinem Pfang mit Ivan Desney. Und das sehe ich plötzlich per Bries. Und ich schaue den immer an. Ich sage, mein Gott, der sieht ja gut aus. Und das wäre doch ein Winnetou. Ich sage, Ile, guck doch mal. Später hat er zum Ivan gesagt, ich glaube, da ist einer schul auf mich. Der klotzt mich die ganze Zeit, klotzt er mich an, ja. Dann ruhe ich den Ivan an und sage, Ivan, du warst dort mit einem Franzosen. Und der könnte bei mir spielen, eine Hauptrolle. Dann flogen die nach Zagreb. Wir haben den dort eingekleidet, geschminkt und Aufnahmen gemacht. Und aufs Herz gesetzt und dann ging es gleich los, ja. Eine Woche später oder 14 Tage später haben wir gedreht mit ihm. Er kam dann zu mir und sagte immer, er ist ja ganz glücklich mit der Rolle. Ja, weil er ist da. Aber kann man ihm nicht ein bisschen mehr Dialog geben? Der hat nicht verstanden wie Gary Cooper. Je weniger er spricht, je besser. Ich sage, Wintu spricht nicht. Wintu riecht alles. Er weiß alles. Er schaut mit den Augen. Er entdeckt gleich die Spuren. Genau. Aber Dialog kann ja nicht viel sprechen. Er ist ein Indianer. Sie kamen aus dieser Richtung. Hier sind Sie abgestiegen. Ihre Spuren führen zur Straße. Die ersten Wochen, die wir gedreht haben, das Ganze bin ich gar nicht mitgefahren. Ich bin in Berlin geblieben und habe nur auf die Nachrichten gehört. Ich habe nie geglaubt, dass die Jugoslawien in der Lage sind, dass wir heute in Plitwitzer Seen drehen und drei Tage später, verstehst du, drehen wir mit 100 Pferden in Rijeka. Das habe ich nie geglaubt. Das war ja auch eine unglaubliche Wette. Niemals hatte jen Karl-May-Film gemacht und wenn, dann ist er nicht gegangen. Und nun diese ganze Investition da drauf. Das war schon ein großes Risiko. Und du hast das entwickelt in Berlin. Wo hast du die ersten Muster gesehen oder warst du vor Ort? Wir haben ja immer drei, vier Tage hintereinander die Muster gesehen. Weil die gleich dann geschickt wurden und kopiert wurden und so weiter. Und ich war so begeistert, wie der Harald das gemacht hat. Mit den Pferden und mit den Indianern, die da umhüpften und so weiter. Und die Kostüme waren so toll. Also es war sensationell. Aber eigentlich muss er ja mit den Bergen auch in seinem Element gewesen sein. Da kam er ja ursprünglich her. Er hatte ja doch Bergfilme gemacht. Er war glaube ich sogar selbst Bergsteiger. Harald hat eine Ausdauer gehabt. Jeder andere hätte es schlapp gemacht. Er hat gesagt, nein, wir drehen das noch. Wir warten, bis die Sonne untergeht. Und wenn es sechs ist, drehen wir es immer noch. Sind wir auch nur um acht zu Hause. So ungefähr. Aber ich muss ja sagen, diszipliniert waren die Schauspieler alle. Von Lex angefangen. Die mussten doch auch alle beiden lernen. Lex konnte reiten. Die Amerikaner konnten reiten. Pierre Bries konnte reiten. Ach, konnte reiten. Konnte reiten, ja. Der hat ja ein Pferd bei sich zu Hause sogar gehabt. Er hat seit Kindheit Gott sei Dank geritten. Aber die anderen Schauspieler natürlich, die haben wir aufs Pferd gesetzt. Ich meine, für die Schauspieler muss das ja auch eine Entdeckung gewesen sein. Das war ja nun wirklich völlig unbekannt. Naja, ich habe auch Eddie Arendt doch mit reingenommen. Ja, ja, gleich. Mein alten Butler aus Edgar-Wollis-Zeit. Ich sammle nämlich Schmetterlinge. Aber den Heinz Erhardt mit reinzunehmen als Kantonist. Ja, das ist so. Das war ja auch eine wunderbare Idee, ja. Nicht wahr, der nicht pokern kann. Unter dem Poker hat er das Geld verdient. Vier Könige. Und die Marianne Hoppe war doch köstlich. Wunderbar. Im Schatz in Silbersee. Ihr seid ein Tulfus-Agnus. Ihr ein alter Spreichler, wenn ich mich nicht irre. Nein, nein, diesmal hat es die Richtigen erwischt, wenn ich mich nicht irre. Marie Versini und sogar die Karin Dorf. Ja, die Versini, ja. Die habe ich doch so geliebt in dem Film, den der Buba gemacht hat mit ihr. Da habe ich sie ja zum ersten Mal gesehen. Und da war ich so begeistert von ihr. Und dann kam die, nicht wahr, und mit den Zöpfen und mit dem Ding, nicht wahr. Und die war also so wunderschön und ideal als Indianerin. Naja, jeder deutsche Junge hat sich in sie verliebt. Ja, absolut, ja. Wie dein Name. Sag, wie du heißt. In meiner Sprache Chuchi. Das bedeutet schöner Tag. Ja, aber du sprichst ja... Klecki Petra war Winnetus und mein Lehrer. Ja, ich bin ihm begegnet. Er war Deutscher. Wer bist du? Winnetus' Schwester. Die Schauspieler waren alle, alle, alle. Mit Begeisterung sind die gekommen. Mit Begeisterung. Und haben da mitgemacht. Obwohl es, wie gesagt, sehr, sehr schwierig war. Der, der uns Western beibringen wollte, war es nur Granger. Ach so, weil er ja natürlich die Erfahrung hatte und musste alles sagen, was richtig und falsch war. Ja, dem Harald immer gezeigt oder dem Freddy, wie man das Gewehr hält und wie man die Leute entwaffnet und wie man das macht und so. Er hatte einen riesen Gaudi da. Ja, das ist klar. Aber er war ja einmal ein Weltstar. Ja, ja. Und dann kam er und drehte Karl May. Aber die sprachen ihren Dialog dann auf Englisch und wurden synchronisiert. Und der Lex Barker, den habt ihr ja für Old Shatterhand genommen, der hat das auf Englisch gemacht. Alles. Und Pierre Brice hat Französisch, aber heute spricht Pierre Brice ganz gut Deutsch. Perfekt, natürlich. Aber Lex hat in den fünf Jahren, die ich mit ihm gearbeitet habe, außer guten Morgen, ich liebe dich, nicht als Wort Deutsch gelernt. Anika, die Matan. Sie hat dich geliebt. Ich habe sie auch geliebt. Ich werde sie nie vergessen. Und um sechs hat der Harald die unter Umständen nach Hause gelassen im Sommer. Dann sind die um acht im Hotel abgeschminkt gewesen, verstehst du, und 14 Stunden unterwegs gewesen. Wir waren ja insgesamt 140 Leute, die da gearbeitet haben, die alle im Hotel untergebracht werden mussten. Aber da gab es natürlich wieder noch 20. Die haben in den Ställen bei den Pferden geschlafen. Und weißt du, dass mir der Richard Widmark erzählt hat, als Sie die Western früher drehten mit John Ford im Monument Valley, haben Sie gesagt, da wurde ein Stall aufgebaut, eigentlich nur ein Schutzdach für die Pferde. Und daneben hatten wir Strohballen. Und darauf haben wir geschlafen, die Schauspieler. Die haben damals wirklich noch wie Cowboys auf den draußen geschlafen. Das hätte ich doch sofort organisiert. Da gab es, er hat gesagt, von wegen hier Wohnwägen und Klimatisierung. Das gab es alles noch nicht. Aber du hast ja im Schnitt also drei, vier Filme oft im Jahr gedrehten. Hattest dadurch einen festen Stab, das war wie deine Familie. Und du bist denen ja auch immer sehr treu gewesen. Karl Linke war überhaupt der Kameramann, mit dem ihr damals am meisten gedreht habt. Weil der hat ja die Edgar Wallace-Filme. Ach, Reinhard hat nur immer mit Karl Linke. Ja, Reinhard nur. Und Freddy Foer hat mit Karl Löb gedreht. Das ist der Assistent von Fritz-Arne Wagner gewesen. Wir haben die ja immer zusammengelassen. Der Stab war immer derselbe. Wir haben ganz selten... Erwin Gitt hat die ganze Produktion gemacht. Ach, das war der Produktionsleiter, der Erwin Gitt. Ja, Erwin ist schon ein kleiner, dicker. Und dann hattest du noch den Herbert Kerz immer dabei, der später auch mit mir viel gearbeitet hat. Aber Herbert hat mit mir als Fahrer angefangen. Karl, er war Schnittmeister, ja. Ja, natürlich, also Schnittmeister. Das nannte man das damals noch. Ja. Aber das vergisst man immer, dass das Wichtige beim Film eben auch davon abhängt, wer ist die Kostümbildnerin, wer ist der Requisitär, wer ist die Garderoviere vor allen Dingen. Ja, genau. Du konntest gar nicht anders. Du konntest mit den Leuten ja nur über Jahresverträge reden, verstehst du, damit sie abgesichert waren. Und das war für die entscheidend. Ach, du hast die nicht pro Film, sondern pro Jahr engagiert. Nein, ich hab die pro Film, aber ich hab ihnen zwei oder drei Filme garantiert. Pro Jahr. Pro Jahr. Und das war das Entscheidende. Das ist natürlich fantastisch. Dass die nicht weggehen konnten. Natürlich, jeder wollte die haben. Das ist doch ganz logisch. Ja, und viel beigetragen hat ja auch die Musik von Martin Böttcher, glaube ich. Denn ich meine, wenn das aufgeht, das Cinema Skop ist da und dieses Thema. Hat er das gleich gefunden? Das war, nein, 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 nein. Ich kann mich erinnern, wir waren in Hamburg. Martin war im Tonstudio und spielte uns verschiedene Melodien vor. Und dann kam diese Melodie, da war auch, er hatte drei oder vier Kompositionen vorbereitet. Und dann kam diese und da hab ich einfach gesagt, für mich ist das die Melodie überhaupt. Für mich auch, meinte er, du hast recht, ich war, wir nehmen die. Und da war die geboren. Und das hat er ja dann wunderbar umgesetzt in der Orchestrierung mit den Waldhörnern und mit den Streichern. Ich habe Angst um dich, Fred. Du bist so bitter geworden. In dir ist so viel Hass, dass kein Platz mehr da ist für... Doch, Ellen. Für dich immer. Mein Gott, was war damals Musikaufnahmen? Das war ja furchtbar, das kostete ja so viel. Mit dem Band, was da lief. Das durfte ja nicht mehr als ein, zwei Tage dauern. Jetzt sind es drei, vier Minuten wieder weg. Weg. Jetzt kommt... Nein, zu spät, das Bonbon muss später kommen. Was war das für eine schöne Arbeit, Volker. Also diese Musikaufnahmen, die haben mir immer am meisten Spaß gemacht. Ja, und wie sich das Bild auf einmal verändert. Man hat ja jetzt den Film schon gesehen, mehrfach Rohschnitt, Vorführung, Feinschnitt. Schließlich ist er so weit. Und dann kommt auf einmal nochmal die Musik dazu. Das ist doch wie Bescherung gewesen. Die Musikaufnahmen, man ist da und man hat den Eindruck, bisher hat man den Film noch gar nicht richtig gesehen. Jetzt auf einmal fängt er dann an zu leben und blüht auf. Das ist mir gerade wieder aufgefallen mit Götz-George. Als er da die Kutschentür aufmacht, ganz zu Anfang, sein Vater fällt raus, tot. Und jetzt fängt nicht sofort die Musik ein, sondern er hebt ihn erst auf. Denn der Tauermoment ist ja der stille Moment, wenn er seinen Vater in die Arme nimmt. Da brauche ich keine Musik, da muss ich das Gesicht sehen von ihm. So ist es. Dann reitet er weg und jetzt erst in dem Moment kommt dann also eigentlich die Trauermosik. Es gibt einfach einen fundamentalen Unterschied zwischen einem Kinofilm und einem Fernsehfilm. Das ist ein wahnsinniger Unterschied. Und das hat sehr viel mit dem Gefühl zu tun, dass man an die Menschen glaubt im Kinofilm. Ja, das hat auch sehr viel mit der Geschichte zu tun. Und was das Schlimmste ist, dass die Musik zu 80 Prozent im Fernsehen jeden Film tötet. Ja, das ist unerträglich. Unerträglich. Es ist unerträglich. Zwei stehen vor einer Musikbox, die muss angestellt werden. Da geht es also los mit einem Hit oder irgendeinem Ding und dabei unterhalten sich die beiden. Es ist der Tod des Films eigentlich. Der Stummfilm war etwas, wo man also genau hinhören musste oder schauen, um es zu verstehen. Dann kam der Tonfilm. Der Tonfilm hat aber nur davon gelebt, um mit Geräuschen und mit dem Ton den Leuten klarzumachen, was passiert. Da gab es ja noch keine Musik. Die Musik kam ja erst später als drittes dazu. Die wurde dann gesetzt, zuerst im Klavier, im Kino, wo die also sich was ausdacht. Und später kam das also schrittweise zu tun, was mir Irma Bergmann immer sagt. Denke daran, dass jeder, der mehr als 30 Minuten Musik in einem 100-Minuten-Film verwendet, ein Dilettant ist. Dem fällt nichts ein. Der hat keine Ideen. Es ist toll. Man muss die Musik so einsetzen, dass sie wirklich eine Wirkung hat. Von 90 Minuten, 70 Minuten Musik. Es ist unerträglich. Es gibt ja auch keine Komponisten mehr. Die hämmern ja alle drauf los. Das regt, ich habe darüber auch ein Artikel geschrieben, das regt mich so wahnsinnig auf. Wie kann man in einer spannenden Szene, wenn es verfolgt jemand, ein Mädchen, nachts, ein Mörder. Man weiß, er ist der Mörder. Was kann ich Besseres denn haben, als Geräusche von Schritten, den Wind, verstehst du? Die Schritte, ein Hundebellen, ein Kreuzchen schreien. Wozu brauche ich da Musik? Ich nehme nur die ganze Spannung weg. Die Spannung geht weg. Das Original ist doch, ich erlebe doch das, wie ich es erlebe, wenn ich nachts wirklich mit jemandem jetzt durch den Wald verfolge oder gehe. Dann erlebe ich doch weiter nichts. Und wenn ich das heute sehe, kannst du nur ausschalten. Das ist doch schrecklich überhaupt. Warum gibt es keine stillen Filme mehr? Warum gibt es keine stillen Filme mehr? Warum gibt es nicht die stillen Filme mehr? Warum gibt es keine stillen Filme mehr? Hilf mir, mein Bruder. Winnetou gehört in der Ferne die Glocken, die ihn rufen. Ist es nicht so, mein Bruder? Mein Bruder, Winnetou's Seele muss gehen. Er ist umgefallen, weil da Tausende von Menschen, also wenn ich an die Lichtbrück esse, denke da waren 3.000, 4.000 Leute vor dem Kino und als Spalierung, wir sind da also mit der Kutsche vorgefahren, die Leute hätten ihn ja bald zerrissen. Bei der Ilse Menz, in dem Theater, in dem 2000-Platz-Theater. Das ist unglaublich, ich meine das war wirklich eine Überraschung für alle, dass Winnetou auf einmal nochmal wieder solche Auferstehung erfeiern würde. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, einen Bauernhof zu haben? Ich bin doch ein Sohn eines Landarbeiters, also ich bin auf dem Lande quasi groß geworden. Mein Adoptivvater war ja Straßenbahnfahrer in Berlin und da bin ich hingegeben worden und groß geworden ab dem dritten Lebensjahr. Und was hat deine Mutter gemacht? Und meine Mutter war in Südzen, Schwedt an der Oder und mein Vater war Landarbeiter. Mein Adoptivvater war in einer Partei und mein richtiger Vater war Russe. Und du weißt ja, wie Russen behandelt wurden auf so Dörfern. Die mussten ja die niedrigsten Arbeiten machen. Der war als Landarbeiter nach Deutschland gekommen. Auf dem Gut Südzen von Herrn von Kolmer. Dann gab es zwei Dampfmaschinen. In der Mitte ein Flug. Und die eine Dampfmaschine hat den Flug hergezogen. Und die andere hat ihn wieder zurückgezogen. Diese Arbeit musste mein Vater machen. Und wenn er nach Hause kam, war er schwarz. Er hat diese ganzen giftigen Gase jahrelang eingegraben. Von diesen Dampfmaschinen. Aber es wurde erhöht bezahlt mit 25 Pfennig pro Stunde. Aber während dem Krieg, was war denn 1939 mit deinem Vater? Er hat dann gearbeitet. Weiter gearbeitet. Als Landarbeiter. Wurde nicht eingezogen, aber er hat dabei gearbeitet. Nein, nee, gar nichts. Wurde ihn wieder interniert. Den haben sie zufrieden. Er war ja zu alt. Der hat ja keinen Menschen mehr interessiert mit 60 Jahren. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Das war Ende Januar 1945. Die Kanonen schossen schon von der anderen Seite. Du hörst es schon, die Russen über der Oder. Und da habe ich meinen Vater zum letzten Mal gesehen. Da bin ich eine Nacht bei ihm geblieben. Und die Straßen waren voll von diesen Feldjägern. Wenn die mich da geschnappt hätten, hätten die mich erschossen. Und dann bin ich mit meinem Vater am nächsten Tag, hat er mich zum Bahnhof gebracht nach Schwedt an der Oder. Und dann bin ich auf den Zug eingestiegen, habe meinen Vater zum letzten Mal gesehen. Und bin wieder nach Berlin gefahren. Und bin glücklich in Berlin gelandet. Er war ein so stolzer Mann, ja, dass er sagt, ich möchte das jetzt hier überleben, wenn die Russen kommen. Nicht wahr? Der hatte keine Angst vor den Russen. Komischerweise. Ich sage, das sind doch alles so viel jetzt. Alles kommuniziert. Das spielt keine Rolle. Ich kann beweisen, warum ich hier geblieben bin nach dem Krieg. Da wird mir keiner was in die Tür. Ich bin kein Nazi. Nicht wahr? Und so war es auch. Er kam dann zum Kommandanten nach Schwedt und er hat sich das angehört. Und dann wurde er Bürgermeister. Ich habe ihn, glaube ich, nie nach Berlin gekriegt. Meine Mutter war noch in Wannsee sogar. Die hat das noch miterlebt. Dass ich das Grundstück in Wannsee gekauft habe, das Haus. 62. Heute sieht man dir das nicht an. Aber wenn ich Bilder von dir aus den 50er und 60er Jahren sehe, als du deine pechschwarzen Haare hattest. Und, wie sagt man, ein bulliger Typ warst. Da konnte man sich schon vorstellen, da war es sicher nicht leicht Kirschenessen mit dir. Das hattest du schon, das Temperament. Ja, 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 ja. Aber natürlich habe ich viel mitbekommen. Von der Seele her, kannst du sagen. Und vom Gefühl her. Und das bricht ja auch einen Produzenten. Hat er Seele oder hat er keine? Es gibt Produzenten, die sind eiskalt. Die produzieren auch nur eiskalte Sachen. Die können gar nicht anders. Es gibt keinen einzigen Filmproduzenten der jungen Generation, der mir den Beweis liefert, dass er Filmproduzent ist. Alles Fernsehproduzenten. Das ist die beschissenste Situation des deutschen Films, die es überhaupt nur gibt. Wer keinen Fernsehsender hat, ist tot. Es wird alles gefördert, was dem Fernsehen gerecht ist. Denn du musst dir einen, das ist ja das Schizophrene, du musst dir einen Fernsehsender nachweisen. Stell dir das mal vor. Du kannst nicht als Produzentin zur FFA gehen und sagen, ich mache einen Film, gib mir mal zwei Millionen. Ich selber bringe zwei Millionen. Ich habe noch DVD verkauft für eine Million. Es sind fünf Millionen, dafür mache ich den Film. Nee, das Geld kriegen sie erst, wenn sie uns einen Fernsehvertrag bringen. Ja, und während du hier goldene Leinwände und goldene Kamera sammeltest, 50 oder 60 Millionen Zuschauer alleine hattest für die Edgar Wallace Filme, haben wir, der junge deutsche Film, ja zum Sturm auf Opas Kino geblasen. In Cannes schlossen die 20. Filmfestspiele ihre Pforten. Abgesehen von tausend schönen Beinchen, Starlets und Stars geriet endlich wieder der deutsche Film ins Gespräch der internationalen Cannes-Prominenz. Vielleicht lag es daran, dass nicht Routiniers, sondern Dubitanten auf dem Festival vertreten waren. Am Tag der großen Preise war Deutschland erstmals mit einem Spielfilm dabei. Den hoch angesehenen Preis der internationalen Filmkritik erhielt Volker Schlöndorf. Für seine Musil-Verfilmung Der junge Törlis. Er schildert die Zwangssituation eines Einzelgängers in der Gemeinschaft aggressiver Jugendlicher. Und zwar, wie eine französische Zeitung schrieb, mit einem Filmsinn, den man aus Deutschland nicht mehr erwartet hatte. Opas Kino ist tot, ja. Da kann ich nur sagen, wir haben in der Zeit natürlich viel Mist gemacht, aber die Filme sind in irgendeiner Form gegangen. Die Leute haben diesen Mist gesehen. Ja, und nicht nur das, sondern das, was man so sagt, triviale Filme, das sind heute die Klassiker. Wogegen die anspruchsvollen Filme sind verblasst, ja. Absolut. Und Edgar Wallis und Karl May und wenigen Ausnahmen wollte doch von diesen Filmen, die ihr gemacht habt, keiner sehen. Wir finden, dass eine so absurde Situation, wie sie heute im Film besteht, keinen Anlass zum Festefeiern gibt. Wir finden aber gleichzeitig, dass wir nicht dazu da sind, jetzt durch spektakuläre Aktionen, zum Beispiel eine Sprengung des Festivals, diesem Festival genau das zu bieten, was es erwartet. Das ist der Kampf der Söhne gegen die Väter gewesen. Und die Väter haben sich gewehrt und sie wehren sich immer noch. Das ist ganz klar. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Produzenten, die damals also überlebt haben, das haben ja nicht alle überlebt, weil die Finanzierung war ja eine ganz andere. Wir mussten zur Bank, wir mussten Wechsel unterschreiben, wir mussten persönlich haften. Wenn du da einmal hängen geblieben bist, bist du nicht mehr hochgekommen. Da haben die Banken dich ein Leben lang verfolgt. Und wenn du Glück hattest, dass du also immer wieder dein Geld zurückbekommen hast und vielleicht auch etwas mehr, wie wir mit den Edgar Wallis-Filmen, als wir anfingen, war jedes Mal eine Zitterpartie. Man musste wirklich als Unternehmer den Kopf hinhalten. Man war als Produzent, man ging nicht über zu Förderungen oder Verkaufungen. Also man musste praktisch sein Leben riskieren und die Familie und alles. Und folglich hat man sich, denke ich, die Stoffe auch anders angeguckt. Ja, genau das ist der Punkt, Volker. Wir hatten Verleiher, wir hatten Dramaturgen, wir hatten Regisseure, alles unsere Freunde. Mit denen haben wir dann zusammengesessen und haben geredet. Also erst mal das Drehbuch, das war immer die Basis. Es ging nicht um Stars. Nein, überhaupt nicht. Ich kann mir nur gar nicht vorstellen, dass unsere Erklärungen über Oper als Kino tatsächlich was bewirkt hatten. Wir wollten ja nur unsere Filme machen. Das hat schon was bewirkt. Man traute sich ja gar nicht mehr, ein Projekt vorzuziehen. Verstehst du? Über... Ja, mein Bund, du mein Süßer, du... Als 1968, 69 oder 70 das nicht mehr weiterging so richtig, habe ich gesagt, du musst das ja nicht machen. Ich habe so viele Erfolge gehabt, ich habe die Karl-May-Filme abgebrochen und irgendwann war Edgar Wollos auch zu Ende. Und jetzt brauchte ich eine neue Herausforderung. Und da ruft mich mein Freund aus Paris an, Morotman, und sagt, du, die Schäpplin-Filme verkaufe ich. Ich sage, was? Das glaube ich nicht. Ich sage, doch. Die waren ja 25 Jahre nicht im Kino gewesen. Genau. Ich verkaufe die Filme, willst du sie haben, komm nach Paris, bringe einen Koffer von Geld mit und dann kriegst du sie. Und da habe ich gesagt... Koffer voll Geld, das war eine Menge Geld. Ja, das ist eine tolle Sache. Also habe ich überlegt, ab nach Paris. Mo war da und ich sage, was kostet sie? Die sagte, eine Million Dollar. Ich sage, Mo, das ist... Also da geh hin, wo du willst, aber lass mich zufrieden. Eine Million Dollar bezahle ich nicht für die zehn Filme, ja? Dann hat der Mo gesagt, okay, ich habe dir das Angebot gemacht. Wenn du nicht willst, dann lässt es. Ich verkaufe sie woanders. Sei bitte, verkaufe sie. Nach drei Monaten kam er wieder. Hat sie nirgends hin verkauft. Aber alle angesprochen, alle in Deutschland, alle Verleiher. Und ich, Idiot, kaufe die für 500.000 Dollar. Als ich dann losging und die Filme bei der Konstantin, bei der Gloria oder irgendwo hin zu einem Verleih geben wollte, haben die alle gesagt, haben wir doch das Angebot schon längst abgelehnt. Wollen wir nicht. Plötzlich saß ich auf zehn Filme und hatte keinen Verleih. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du? Gründest du einen Filmverleih? Dann habe ich die Tobis gegründet. Die Tobis bei ihr, du angefangen hast. Mit einem Mann, mit Peter Sundert. Ja. Und dann habe ich den Clou gemacht, der war sensationell. Charlie Chaplin, persönlich in Paris, die große Welto-Aufführung. Er hat seine Kisten wieder aufgemacht. Und alle, die die Filme gekauft haben, waren eingeladen. Und da waren 20.000 Leute auf dem Jean-Élysée standen da. Und es war ein kleines Kino von 400 oder 500 Plätzen. Und da saßen wir und saßen moderne Zeiten. Hinterher waren wir eingeladen in diesen berühmten Maxim. Und Charlie hat jedem die Hand gegeben. Ja, fantastisch. Er ging durch und hat sich bedankt bei jedem, der seitdem war. Er konnte es ja selber gar nicht fassen, dass das so ein Erfolg war. Und seitdem haben wir uns die Hände dann nicht mehr gemaschen. Und dann ist er auch in Deutschland derselbe Erfolg. Ich habe zehn Kinobesitzer, die besaßen damals 150 Kinos, mit nach Paris genommen, ins Lancaster. Und die waren mit bei der Premiere. Die haben alle am nächsten Morgen unterschrieben. Und ich hatte mit einmal 150 Kinos für Charlie Chaplin, für Schwarz-Weiß-Theme. Du weißt, was das damit bedeutet hat. Und der erste Film, moderne Zeiten, hat so viel eingespielt, wie alle zehn gekostet haben. Dass das gesamte Paket schon finanziert wurde. Naja, und so kam ich dann dazu. Dass du wieder jetzt sowohl Produzent als auch Verleiher warst. Ich war also ein großer Verleiher. Du hattest als Verleiher erstens mal durch den Erfolg mit den Chaplin-Filmen die Mittel, um Filme zu kaufen. Zweitens, du musstest kein Gremium fragen, sondern du hast alleine entschieden. Wir haben mit dem Verleiher in den zehn Jahren, sage ich dir, 1,4 Milliarden Mark umgesetzt. Das ist unglaublich. Da kam ja dann Belmondo, der Film von Gerard Uri, Asta Asse dazu. Ich habe alles gemacht, was überhaupt... Ich habe Louis de Finesse, ich habe der große Blonde mit den Schwarz-Filmen. Wir haben alle Spitzenfilme, die es gab, weil ich konnte zahlen und kaufen. Wie gesagt, ich bin sehr befreundet gewesen mit Louis de Finesse, nicht wahr, der also gesagt hat, ich möchte unbedingt in Deutschland das über der Wendland den Film da machen und so weiter. Er hat mich auf sein Schloss eingeladen, ja, nicht wahr. Aber wir hatten wunderbare Beziehungen. Mit dem einen, mit dem ich nicht klarkam, war der Belmondo. Das war für mich mehr oder weniger ein Arschloch. Dino wollte also unbedingt einen Film machen, nicht wahr, mit Ingmar Bergmann. So, hinzu kam, dass Ingmar, das im Theater verhaftet wurde, angeblich wegen Steuerhinterziehung. Ingmar versteht von Steuern überhaupt nichts. Dann war die Situation die, er musste sich entscheiden, geht er nach Paris oder geht er nach Deutschland. Und durch diesen Film und durch mich hat er gesagt, ich komme nach Deutschland, du musst mir helfen mit dem Finanzamt und so weiter. Und ich habe dann ihn nach München geholt, eine Party mit Franz Josef Strauß gemacht. Raus, erinnere ich mich. Und so begann die Zusammenarbeit beim Schlangenei mit dem Ingmar Bergmann. Das Schlangenei spielt ja in Berlin, ihr brauchtet also die Kulisse einer Berliner Straße. Die habt ihr gebaut und die hat auch später Rainer Fassbinder und ich bei der Blechtrommel benutzt. Dino sagte nichts, Straße geht nach Berlin und dreht die Straße. Ingmar sagte, wenn ich nach Berlin gehe, brauche ich vier Wochen für die Straße. Weil ich nicht mit Publikum, die müssen alle weg. Ich kann nicht mit Leuten arbeiten, die da zugucken, die aus den Fenstern gucken. Und dann habe ich plötzlich einen Entschluss gefahren und gesagt, na gut, dann bauen wir die Straße. Und dann habe ich gesagt zu Harald Nebensal, du bist hier der Manager, du rufst jetzt den Dino an und erzählst ihm, dass die Straße gebaut wird. Der Harald ruft also den Dino an und sagt, Horst und Ingmar haben entschieden, für eine Million die Straße zu bauen. Der tobte am Telefon, ich komme sofort nach Deutschland. Der kam vier Tage später nach München. Bestellte den in vier Jahreszeiten, in der Harald Nebensal, machte den total zum Schneckern, wollte ihn feuern, verstehst du, dass er das gestattet hat. Als Nächste bestellte er mich. Bei mir sagte er, war das denn nötig, dass du die Straße, ich sage, wir wären in Berlin eingegangen. Weder Schnee noch irgendwas, nicht wahr? Wir hätten drei, vier Wochen da gedreht und alles überschritten. Das Nächste bestellte der Ingmar Bergmann, den hat er umarmt und hat gesagt, ich gratuliere dir für die grandiose Idee, die Straße in München zu bauen. Das ist immer ein guter Produzent, der versteht, dass die verschiedenen Leute... Wir haben uns hinterher, der Ingmar hat mir ja die Geschichte... Ja, ich sage, der Ingmar, wie war es denn? Da sagt er, er war sowas von glücklich. Ich sage, bei mir hat er auch schon gesagt, das war eine gute Idee. Nur den Harald hat er gesagt, wir haben so gelacht. Also das war eine wunderbare Zusammenarbeit mit Ingmar. Jetzt haben wir eine ganze Kategorie Filme noch überhaupt nicht berührt, die Komödien. Ja, aber es gab nicht viel zu lachen in der Zeit. Das fing ja an mit Heinz Erhardt. Ich meine, du genießt ja Komödien. Ich meine, du lachst ja, dass dir die Tränen kommen, wenn es gut ist. Warum bin ich auf Heinz Erhardt gekommen, nicht wahr? Weil ich also eben Radio gehörte, nicht wahr, und so weiter. Und ich fand ihn also, wie gesagt, sehr witzig und habe mir auch seine Bücher dann gekauft, nicht wahr, die ja schon da waren. Und da habe ich gesagt, warum sollen wir nicht versuchen? Der hat ja dreimal ein Boot, glaube ich, haben die gemacht, nicht wahr, mit Kuhlenkampf, und das ging ja sehr gut. Und dann hat er zwei Jahre nichts gemacht. Und dann habe ich mich an ihn in Hamburg herangepirscht und hatte eine gute Geschichte. Was ist denn bloß mit Willi los? Das ist ein Theaterstück, ja, was er auch mal gespielt hatte. Woran ist Ihr Großvater gestorben? Der ist gefallen. Im Krieg? Nein, im Suff. Vom Trapez. Dann war er also Artist? Nein, nein, eben nicht, eben nicht. Und Ihre Großmutter? Ich, das war so, ich war ja früher, also ganz klein, ich fing ganz klein an, und der Winter dreute, und ich fror so vor mich hin. Denn nicht nur der Ofen, auch meine Großmutter war ausgegangen. Und die ist nie wiedergekommen, meine Oma. Den Ofen habe ich heute noch, ja. Und das funktioniert so perfekt, weil der Willy Brandt war gerade Kanzler, ja, die Quasi. Ja, was ist denn bloß mit Willi los? Komiker sind meistens sehr ernst im Leben, und dann außerdem sind sie sehr ängstlich und sind sehr präzise, weil sie wissen ganz genau, es ist eine Mechanik, der Witz muss funktionieren, oder sie machen eine Bauchlandung, ja. Und der Otto hatte ja seine Sachen sehr ausprobiert, vor Publikum, durch seine großen Tourneen. Ja, natürlich. Und du hattest die Idee, ihm zu sagen, wir machen, wir finden eine Handlung, um das zusammenzusetzen für den ersten Otto-Film. Wir haben zumindest ein paar gute Sketche zusammengebracht, verstehst du, und eine bindende Handlung durch die Hochzeit, nicht wahr, dass er eine Frau sucht. Große Handlung war da nicht drin. Es ist überhaupt schwer zu verstehen, wo bei ihm der Witz herkommt, wenn man ihn so sieht. Natürlich sieht er, wenn man so will, erst mal komisch aus. Und er spielt die Schusseligkeit. Er ist aber... Die Naivität. Wie bitte? Es sind so Dinge, die eigentlich alle unmännlich sind, ja, aber wieder die Muttergefühle bei den Frauen wecken und sagen, du musst ihm helfen, auch bei den Mädchen. Er ist so liebenswürdig, man kann ihn nicht fallen lassen. Ein für Tante Lisbeth, ein für Onkel Karl, ein für Tante Anna, ein für Opa. Meine Mutter, sie machte es mir wirklich nicht leicht, von dir loszukommen. Aber jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Ich musste sofort weg aus diesen kleinen, karierten Verhältnissen. Ein Mann wie ich gehört dahin, wo das große Geld gemacht wird. Ein Mann wie ich gehört in die große Stadt. Ein Mann wie ich. Aber habe ich mich überhaupt schon vorgestellt? Mein Name ist... Opo. Ja, und außerdem ist der Otto ja wirklich ein musikalisches Genie. Ein Musikclown, wie man früher sagte. Und du meinst, dass diese ganze Geschichte von dem Otto, der Katastrophenfilm mit dem großen Schiff und dieser Handlung, dass das im Grunde hinderlich war, für ihn sich zu entfalten und dass der Apparat zu groß wurde und überhandelt wurde. Ja, ich kann mir sonst nicht vorstellen, warum die Leute überhaupt nicht in den Film gegangen sind. Ich meine, wir hatten 1,1 Millionen Besucher. Das ist ja gar nichts für so einen Film, verstehst du? Andere würden jubeln und würden sagen, mein Gott, einer Million Besucher. Aber für den Otto-Film war das überhaupt nichts. Derjenige, der erst im hohen Alter wirklich seinen Erfolg hatte, ist doch Loriot, Vico von Bülow. Naja, Loriot. Vico war ja über 50, als er im Grunde seinen ersten Film machte. Loriot ist natürlich eine rühmliche Ausnahme. Er hat ja, wie gesagt, vor 20 Jahren seine Fernsehsketsche gemacht und damit die Nation begeistert. Und ich habe viele Menschen kennengelernt. Aber außer Mama und Tante Mechthild hat niemand Paul zu mir gesagt. Tja. Und wenn ich Sie nun bitten würde, Paul zu mir zu sagen? Aber nur, wenn Sie dann auch Margarete zu mir sagen würden. Tja, dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich habe ihn im Jahr vielleicht dreimal getroffen auf irgendwelchen Partys. Und jedes Mal habe ich gesagt, Herr von Bülow, ich bin wieder da. Wie schaut es denn aus? Wollen wir nicht mal also ein Spielfilm machen? Er hat mich ja nicht für voll genommen. Also lassen Sie mich das überlegen. Ich rufe Sie, wenn ich also zu einem positiven Ergebnis kommen sollte, irgendwann mal an. Und eines Tages kommt ein Anruf. Ich schreibe jetzt ein Drehbuch. Das kostet Sie gar nichts. Und wenn es Ihnen gefällt, dann machen wir es. Und er schickte mir das Buch und wir lasen das. Wir lachten so schallend, verstehst du, dass wir gesagt haben, das kann doch gar nicht wahr sein. Und das war dann Oedipus. Und das war dann Oedipus. Hund-Nase. Hund-Nase. Hund-Nase, Tante Mechtelt. Es heißt Hund-D-Nase. Sag ich doch. Da fehlt das E. Hund-Nase wird mit E geschrieben. Tante Mechtelt, du legst jetzt was anderes. Hund-Nase. Habe ich nie gehört. Was der mit den Schauspielern 24 Mal gemacht hat, das hat noch keiner erlebt. Ja, also da war der ein Perfektionist, in der er gesagt hat, das ist in Ordnung, das ist gut. Mussten die alle ran und arbeiten. Also da war er sehr, sehr streng. Bitte sehr. Schwanzhund. Ja. Das sind 57 Punkte. Vielleicht erklären Sie uns, was ein Schwanzhund ist. Was muss man denn da erklären? Also ich kenne das Wort nicht. Ein Schwanzhund ist ein Hund mit einem Schwanz. Ach nee, nicht. Jeder Hund hat einen Schwanz. Sie müssen sich schon ein bisschen an die Regeln halten. Das heißt ja auch nicht Schwanzkuh. Immer legt sie solche Worte. Aber es gibt Hunde ohne Schwanz. In meinem Hause nicht. Aber es ist doch erstaunlich, dass du auf dem Umweg über die kaufmännische Lehre und so weiter ein solches Gespür für Dramaturgie immer entwickelt hast. Und immer bewiesen hast. Du bist ja, als ob du selbst ein Drehbuchautor wirst. Du arbeitest ja auch sehr mit den Autoren. Ich habe ja auch zehn Drehbücher geschrieben oder einen großen Teil mitgeschrieben. Aber ich will aber etwas sagen. Es ist einfach, was ich früher immer schon bewundert habe. Wenn ich einen Roman gelesen habe, dann habe ich von dem Roman geträumt. Dann habe ich ihn aufgedeht. Dann habe ich eine Vision gehabt, wie eine Szene. Ich habe mir jede Szene vorgestellt. Und das, glaube ich, kann nicht jeder. Wenn man etwas liest und sich bildhaft vorstellt in dem Moment, dann ist das eine große Begabung, glaube ich. Man kann einen Roman lesen und man kann sich schütteln und man kann sich gruseln oder man kann lachen. Aber man liest das Wort. Und man sieht nicht den Background. Wie das mal sein könnte. Was es sein könnte. Als ich Kokain gelesen habe, was ich mit Rainer Werner Fassbinder machen wollte, da habe ich gesagt, das ist also unwahrscheinlich überhaupt, was dahinter steckt, hinter dem Ganzen. Und deswegen habe ich mich darauf eingelassen, mit Rainer nach Südamerika auf Motivsuche zu fahren und das Drehbuch Kokain von ihm schreiben zu lassen. Ich sage, Rainer, wir sind ja auch noch nicht so weit, das Buch ist nicht, du musst noch 100 Seiten kürzen. Das Buch ist 240 Seiten lang. Ach ja, sagt er, das Kürzen, das macht mir auch Probleme. Ach, sagt er, weißt du, wir lassen das mal. Wir legen das mal beiseite und wir drehen Lola. Das Drehbuch ist fertig und wir können, wenn du willst, in zwei Monaten anfangen. Ich sage, das kann ich dann ernst sein, ich kenne das doch überhaupt nicht. Und dann sagt er, das gebe ich dir sofort, schicke dir das in Berlin, dann kannst du es lesen und so weiter. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und dann haben wir dann Lola gemacht. Singt ihr, wo weißen Klagen, ganz leise durch das Teil. Singt ihr, wo weißen Klagen, ganz leise durch das Teil. Da kam, also in der Besetzung der Armin Müller-Stahl, glaube ich, gerade aus der DDR. Ja, das war sein erster Film. Und Rainer... Hat der Rainer ihn hergebracht oder wie sagt ihr euch getroffen? Rainer war natürlich gleich begeistert und aus der DDR natürlich war für ihn ganz was Besonderes. Du musst diesen Mann engagieren, das ist ein glänzender Schauspieler, nicht wahr? Und er ist so richtig für die Rolle, weißt du, weil er so ein bisschen aus der DDR noch kommt und nicht das Flotte hat, was wir unsere Schauspieler hier haben und so weiter. Ich finde es unfair, dass Sie sich jetzt von mir trennen, wo ich noch so wenig über Sie weiß. Wollen Sie eine Akte über mich anlehren? Oder wollen Sie mich küssen? Aber es war natürlich ein ganz toller Film, nicht wahr? Der eben da gelungen ist. Ja, und auch, dass er Barbara Sukhova besetzt hat, das war ja wirklich sehr gewagt. Sehr gut, denn sie ist ja nicht von Haus aus ein Vamp, sie ist einfach eine glänzende Schauspielerin. Aber wie sie diese Musiknummer da singt, als der Armin Müller-Stahl zum ersten Mal reinkommt und sie in den Rücken dreht und weiter singt, das ist doch einfach großartig. Wir haben ja den Film in München gedreht, in der Barbaria. Ich glaube, ich war während der ganzen Zeit nur dreimal überhaupt am Set. Du bist aber der Art Produzent, du bleibst weg vom Drehort, du gehst ab und zu mal hin. Wenn das Drehbuch steht, die Besetzung steht und der Regisseur dir erzählt hat, wie er den Film sieht, dann lässt du ihn machen. Volker, du kannst nichts mehr machen. Du kannst einfach, wenn die Maschine rollt, kannst du nicht mehr stoppen. Das muss ausgestanden werden, wenn du die Finanzierung hast, dann kannst du nur aufpassen, dass nicht irgendwelche Dinge passieren, die besprochen wurden und dann nicht eingehalten wurden. Ich kann nicht sagen, wenn ich 100 Komparsen habe und plötzlich bestellt der Aufnahmeleiter 300. Das funktioniert nicht. Ich habe mich so verlassen auf ihn und er lebte das natürlich. Er ließ mich dann nochmal anrufen und ich sagte, um 11 habe ich den Thomas Schiele angerufen, meinen Produktionsleiter, habe ich gesagt, dreht ihr? Er sagte, nee, wir drehen nicht. Rainer sitzt zu Hause und sieht gerade das Spiel von gestern, Deutschland gegen England oder was, von der Fußball-Weltmeisterschaft war damals gerade. Und er ist ein ganz verrückter Fußballer gewesen. Ich sage, das kann ja nicht dein Ernst sein. Ja, er hat dann extra gesagt, wir drehen erst um eins und dann hören wir um sechs auf und dann bin ich fertig. Und dann ist er um eins in die Studie gekommen und um sechs war er fertig, hat das ganze Pensum in fünf Stunden gedreht. Solche Geschichten hat er gesagt. Er hat alles im Kopf, er hat ja auch die Drehbücher runterdiktiert und er hat am Set, er wusste so genau, was ein Schauspieler machen muss. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Schauspieler so präzise geführt hat, in dem Sinne, die waren ja zum Schluss beinahe wie Marionetten. An dem Satz da die Hand drüberlegen und nicht an einer anderen Stelle und hier sich umdrehen. Ja, ja, das ist das absolute Wahnsinn. Mit einer unglaublichen Präzision und da ist er auch nie von abgewichen und er hat es ja bei niemandem gelernt. Er hat es ja als Autodidakt praktisch, als Instinkt, nur durch das Anschauen von Filmen. Naja, Volker, das sind aber Regisseure, die sind dem Zelle-Leut, verstehst du, einfach verbunden. Die können ohne dem gar nicht leben. Der Rainer konnte ohne dem ja gar nicht leben. Er hat ja gar nicht mehr aufgehört zu drehen dann. Filmhochschule ist eine schöne Sache, ja, verstehst du, aber diese, solche Leute, verstehst du... Den Rainer hatten Sie ja abgelehnt bei der Filmhochschule in Berlin. Solche Leute sind mir natürlich zehnmal lieber, nicht, weil die das von der Pike auf gelernt haben und sich dann hochgearbeitet haben. Das ist doch sensationell und einfach gesagt, ich kann, ich muss. Jetzt entwickelt sich da so eine Freundschaft. Ich habe ja dann noch die Veronika Voss mit ihm also mitgemacht. Er sagte, ich möchte mit dir also weiter zusammenarbeiten. Mein nächstes Projekt, also das größte Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde oder sowas. Und da war ich am Sonntag mit ihm verabredet und da war er tot. Du hast hier einen alten Sternartikel von 1959, den du also seit 43 Jahren mit dir rumträgst. Und das soll dein nächstes Projekt sein. 13 Days to War sozusagen. Also die letzten Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Visionen, die ich jetzt habe von der Geschichte mit Hitler, die ich hasse. Ich habe gesagt, ich werde niemals einen Film im Nazireich oder die irgendwie spielt. Ich habe damit nichts zu tun und nichts am Hut. Verstehst du, ich war ein Kind und dann erwachsen und habe mit dem Krieg und so weiter und dem ganzen Verbrechen nichts zu tun. Ja, aber wenn ich jetzt das sehe, dann sehe ich natürlich diese ganze Ambiente, dann sehe ich natürlich den Background, dann sehe ich natürlich den Hintergrund, die Reichskanzlei, die Generäle, die Arschlöcher, verstehst du, die da stramm stehen. Dann sehe ich die Botschafter, wie sie fertig gemacht werden, wie sie den Mut haben, sich zu wehren. Dann verstehst du nicht, das sehe ich da alles und da werden die Leute, müssen einfach sagen, ist das wirklich so gewesen? Das kann ich gar nicht glauben. Ja, und da stellt sich sofort die Frage nach dem Hauptdarsteller. Keine Karikatur. Also eben Karikatur oder keine Imitation. Ja. Es muss ein Mensch sein, ein Schauspieler, der die Ausstrahlung eines Dämonen hat. Das ist das Einzige, was der braucht. Und in deinem Blick, wenn du ihn siehst, liegt nichts. Nur etwas Machtergreifendes, keine Friedlichkeit oder Freundlichkeit drin ist. Und er muss ja alles alleine gemacht haben. Er hat ja keine Freunde gehabt. Ja, und im Grunde auch Göring und Göring wollten den Krieg nicht. Willst du denn eigentlich jemand duzen dürfen? Bestimmt nicht, nein. Der Film, den muss Europa machen. Ja, naja, ich weiß, wir wollen ihn beide zusammen machen. Vielleicht nach den vielen Jahren wird es Zeit. Ja, ja. Da bin ich auch der Meinung nicht, weil es ist jetzt vielleicht doch die richtige Zeit. Ja, danke. Ja, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020